Man würde sich nicht ernsthaft wundern, wenn eines der Kinder plötzlich aufstünde, ein Weihnachtsgedicht aufsagte und die Lehrerin daraufhin begeistert in die Hände klatschte. Passieren wird das nie, aber Inge Knoche macht es Betrachtern leicht, sich eine solche Szene vorzustellen. Die Fantasie geht auf Reisen, wenn man in den kleinen Welten der 73-jährigen Budjadigerin versinkt. Dazu besteht nun ein letztes Mal Gelegenheit. In der Vorweihnachtszeit öffnen Inge und Helmut Knoche jeweils an den Wochenenden noch einmal für Besucher ihre Miniaturlandschaften. Dann wollen sie alles in gute Hände abgeben und sich aus Budjadingen verabschieden. Zu sehen sind neun Modellhäuser im Maßstab 1 zu 12, die Inge Knoche bis ins kleinste Detail liebevoll eingerichtet hat. Hinzu kommt die ein komplettes Zimmer füllende Modelleisenbahn von Helmut Knoche. Auch hier ist fast alles selbst gemacht. An einer Lok arbeitet der 73-Jährige bis zu 600 Stunden. Zu sehen ist die kleine Weltenausstellung vom 2. bis zum 23. Dezember immer samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr in der alten Bahnhofstraße 4 in Ruhwaden.